und da wird der recht herzlich willkommen zu einer neuen folge hier aus der bayern modifiziert so eben wie wir fällt das teil das war der falsche knopf also jetzt feuerbrand feuerwerk das brennt denn hier auch gebäudeband ich habe mal gleich den löschtzug 1 bis hierhin damit und gehen mal wieder die ganzen Vorzeuge, die nicht sparen können. Dann haben wir da schon ganze verletzte Prototon. So. Drei Polen macht da die Straße dicht. Gut, so. Dann zack. Wir haben in der Zeit die Masse hier ab. So, eine verletzte Person. Drei verletzte Personen haben wir hier. Das heißt, wir schicken euch dann hier etwas für Grenzen. Vielleicht werdet es auch einfach haben können. Wir bereiten schon mal vor. Zack. Zack. Du von da. Du von da. Hör uns da ein. Hör uns da ein. Hör uns da ein. Nein, du... Ach du Flaschen-Eimer. Du solltest noch... Du solltest noch ein Verteiler setzen. Dämlicher Idiot. Hör uns da ein. Hier verletzte Person haben wir zum jetzigen Zeitpunkt. Hör uns da ein. Hör uns da. Hör uns da ein. 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 Drei. Hör uns da ein. Dann gehen wir hier hin, dann brauchen wir hier noch eine Weibung an RTB. mit durch Feuer aus dennoch verletzte person Jetzt haben wir Traumata Baustürmbereich Schauen wir die Pool auf Jetzt mal eine ganz einfache Lösung bei die Idioten hier Wir können hier nämlich schon abbauen Ich schnauze das Ach, wo soll ich die Person absetzen? Die wird kurz anbehandelt Tut uns leid, dass wir jetzt hier so ungünstig gehen Ist in Arbeit Ja, bin unterwegs Auf dem Weg Was geht? Bin unterwegs Das ist ein RT-Bröttinger Der kommt von hier Die Ballone ist so weit fertig Du kannst ja alles inrollen Höre Ja Ist okay Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt Was gibt's? Ja Gut Ja 100% Nicht transportfähig machen Ja Guck mal Erstmal Los geht's Höre Ist okay So Ja Du rückst ab Du rückst ab Du rückst ab Du rückst ab Ja Ja Bin unterwegs Bin unterwegs Ja Wird ausgefühlt Okay Ja Schon unterwegs Wird gemacht Auf dem Weg Was gibt's? Bin unterwegs Geht in Arbeit Was gibt's? Auf dem Weg Wird ausgeführt Oh, wie waren wir hier? Was gibt's? Auf dem Weg Wir sind fünf verletzte Personen Ja Ja Ist okay Bin unterwegs So Als das Krankenhaus baut sich freuen Und dann gefahrt auf die drei Höre In Ordnung Schon unterwegs Ja Da ist die dann einfach weiter außerhalb noch Ist in Arbeit Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt Auf zwei weitere Wird ausgeführt Wird als Einsatzfahrzeuge anfordern müssen So, gut Wer geht denn schon mal ins Krankenhaus So Ja Wer geht jetzt bis dahin Zuerst mal nach vorne hin Das ist geil hier Dass das Fahrzeug sofort in der Garage ist Das heißt hier benötigen wir den Das heißt hier benötigen wir den Das heißt hier benötigen wir den Wird umgehend durchgeführt Wird umgehend durchgeführt Wird umgehend durchgeführt Ist in Arbeit Was gibt's? Wird aufnehmen? Wird aufnehmen? Wird aufnehmen? Wird aufnehmen? Was haben wir hier? Was gibt's? Bin unterwegs Okay, gut Gut ich bin unterwegs das hier absteigen dahin stellen Brandausbereitung, das heißt, hier kommt ihr denn einmal da bitte hin. Unten einmal, ob das reicht, ich hoffe es, ich werde es noch mal da ankoppeln. So. Oh, hat sogar gereicht. So, dann kommst du einmal. Wieder die L. Stratus 1 geht. Was gibt's? Auf dem Weg. Bin unterwegs. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Das Problem, wir tun die Planung. Also, dann nur einmal. Du einmal da ran, du einmal da ran. Feuer ist noch nicht komplett aus. So. Wir können einbauen. Ihr könnt einbauen. Ja. Ja. Ist in Arbeit. Ja. Ist in Arbeit. So. Ja. Ist in Arbeit. So. Ja. Du einmal. Du einmal. einpacken so ein akutes abdome ganz kurz jetzt natürlich die stadt benutze hier vorne aufmachen ist hier so ein paar kleine sicherheit für die instante das öffnet die stadt so dann die starren war mal hier Was gibt's? Auf dem Weg. Zofort. Ja, bin unterwegs. Zofort. Was gibt's? Wird ausgefüllt. So. Dann haben wir schon mal hier. Brand durch Feuerwerk. Jetzt hat man hier nur eine Kleinigkeit. Das heißt, wir gehen hier mit dem Tanker raus. Okay. Mhm. Ja? Ich liebe das Fahrzeug. Das ist... Hoffen wir mal, dass die Kollegen hier noch rechtzeitig ankommen. So. Ja, ja. Fakt die Bewohner. Da geht's. Ja? Habe verstanden. Ja? Mhm. Mhm. Okay. Umständen. Doch. Vielleicht. Länger geht. Und der schnelle Wasserversorgung kam. Zack. Und das war's dann schon. So einfach geht's. Ja. Dann einmal bitte wieder zurück. So. Dienststelle. Ja. 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 Eins, zwei, drei. Nein. Fuck. Fuck it. Oh, ja. Jetzt ist natürlich unser Evakuierungsbus. Ihr seid etwas zu weit gefahren. Dann haben wir hier ein Gebäudebrand mit Brunschluss verursacht. Einsatzkräfte fallen einfach raus. So. So. Das war dann da, wo doch einmal die Straße dicht machen. So. Dann kriegen wir hier so ein zweites Feuer rein. Dieses zweite Feuer ist hier. Feuer. Oh, ja. So. 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 Schon unterwegs. Höre. Ja, bin unterwegs. Verstanden, was gibt's? Höre. Wird ausgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Bin unterwegs. So. Dann gehst du und du einmal da hin. Ich schnipp's einmal den. Ich schnipp's einmal den. Nein, nein, nein. Und du setzt dich da aufbauen. Mit ewigem. So. 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 . So. 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 vor dem form dann was aber trotzdem gehen meistern das situation wie immer möchte ich mich euch dann ganz recht herzlich bedanken mit schlusslage jetzt noch etwas größeres einsatz danke dass ihr zusehen habt euch noch ein schöner tag bis dann